Der Yukon im Herbst. Nur ein Ziel hat unsere Reise. Nach Norden und immer weiter nach Norden. Der nördlichste befahrbare Abschnitt dahin ist der 738 Kilometer lange Damster Highway. Eine Schotterpiste, die unweit von Dawson City beginnt und über die Grenze des Yukon hinaus in die kanadischen Nordwest-Territorien führt, wo er ohne das Nordpolarmeer direkt zu erreichen in Inuvik endet. Der eine oder andere wird sich an die Geschichte erinnern, in der ein Trapper, Albert Johnson, gejagt wird von Constable Edgar Milne, der eine Meute von Möchtegern-Kopfgeldjägern im Schlepptau hat, die sich kaum kontrollieren lassen. Die Geschichte spielt irgendwo im Yukon. Johnson, ich bin in einer dummen Lage, verstehen Sie das? Ich habe ein Dutzend Leute da draußen, die wie Raubtiere nur darauf warten, sie zu zerfleischen. An Ihrer Darstellung der Sache sind die nicht interessiert. Das heißt, wenn Sie nicht mit mir kommen, tun Sie diesen Leuten nur einen Gefallen. Die werden Sie töten. Einige von Ihnen werden vielleicht selbst getötet. Sie können es nicht verhindern. Aufhören! Eine der wildesten Menschen jagten aus Eitelkeit, Hass und Geldgier. Sie kämpfen für die gleiche Sache. Sie leben nach den gleichen Regeln. Aber das Gesetz hat sie zu Feinden gemacht. Yukon. Eine Geschichte, die sich wirklich ereignet hat. Eine wahre Geschichte, wenn ja, wie und wo hat sie sich genau zugetragen. Werden wir etwas darüber erfahren und werden wir die Gegenden kennenlernen, in denen sich die Geschichte abgespielt hat. Machen wir uns auf den Weg. 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 Untertitelung. BR 2018 Rapp River Trapper, Rapp River Man, chase through the Northland, catch him if you can. Rapp River Trapper, Rapp River Man, crazy Albert Johnson, hard to understand. Rapp River Trapper, 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 Rapp Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020